Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohl fühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Ein Armutläufer hat in der australischen Stadt Darwin am Dienstag mindestens 5 Menschen getötet. Zwei weitere wurden verletzt. Der Schütze wurde später von der Polizei festgenommen. Ein 45-jähriger Mann hat am Dienstag im Palms-Motel in Darwin, Australien, Feuer eröffnet. Dabei sind mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen, teilt die North-Earn-Territory-Police laut Sky News Australia mit. Zwei weitere Personen wurden bei der Schießerei verletzt. Medienberichten zufolge habe der Mann kurz vor 18.20 Uhr Schüsse mit einer Flinte abgegeben. Anschließend flüchtete er mit einem weißen Toyota. Offenbar gab es auch mehrere Tatorte. Der Armutläufer konnte am Dienstagabend, Ortszeit, geschnappt werden. Es soll sich dabei um einen 1.95 Meter großen, weißen Mann handeln, der Warnschutz-Arbeitskleidung trug. Untertitelung des ZDF, 2020 Nonnexual Geschleidung des ZDF-Reihe балwres. Untertitelung des ZDF-Reihe Man chick prêts 來, die Technikk die Kinder zu halten, die Juan circul Terms hochsteigte. Untertitelung des ZDF-Reihe die Neugens mern